Die Firma Katzelberger steht für Kompetenz, für Verlässlichkeit und Qualität. Bei uns zählt Hohenschlau Qualität und dies schon mehr als 100 Jahre. Unser Firma besteht aus vier Bereichen. Der erste Bereich ist Erdarbeiten, Bagerungen, Aushübe, Planierungen und der zweite Bereich ist Entsorgung. Entsorgung von Gewerbemüll, Hausmüll, eigentlich alles was man zum Entsorgung gibt, macht die Firma Katzelberger. Wir arbeiten Abbrüche, ob das kleine Häuser sind, große Häuser sind oder Fabriksgelände, reißen wir eigentlich alles ab. Und das Ganze nicht nur in Mietbach, sondern in ganz Österreich. Und der vierte Bereich ist Mietpark. Wir vermieten Hebebönen, Bager, alles was man am Bau braucht, wird von uns vermietet. Seit der Firmengründung 1908 hat sich die Firma Katzelberger in einer oft stürmischen Zeit als verlässlicher und starker regionaler Partner erwiesen. So konnten wir uns durch Fleiß und Verantwortungsbewusstsein, aber ebenso durch unsere langjährigen Mitarbeiter, vom Ein-Mann-Betrieb, zu einem mittelständischen Unternehmen mit mehr als 80 Mitarbeitern entwickeln. Transport, Erdbau, Abbruch, Entsorgung und Recycling, nachhaltige Energie, Mietpark für Baumaschinen. Das 12 Hektar große Werksgelände von Katzelberger bietet für alle Anforderungen großzügig Platz und eine Top-Infrastruktur. Nur wenige Kilometer von der Bezirksstadt Ried entfernt. Gewachsen über mehr als ein Jahrhundert. Gerüstet für die Herausforderungen der Zukunft. Die Firma Katzelberger hat sich in ihrer mehr als 100-jährigen Geschichte von einem Anbetrieb zu einem erfolgreichen mittelständischen Unternehmen entwickelt. Heute bieten wir unterschiedliche Lösungsmöglichkeiten für verschiedene Aufgaben. Unsere Kunden können auf modernste Technologien sowie auf das umfassende Know-how von Spitalisten zurückgreifen, Egal ob das im Abbruch, in der Entsorgung, im Recycling oder auch im Transport ist. Wir arbeiten hochprofessionell. Wir achten sehr, dass wir unsere Arbeit nachhaltig erledigen und schauen zu, dass unser Arbeitsablauf immer hochprofessionell abläuft. Von A wie Aushub bis Z wie Ziersteinmauer. Katzelberger ist der kompetente Partner beim Erdbau. Wir tragen Boden ab, wir heben erdreich aus. Wir bereiten die Grundlagen für Projekte von Hausbau bis zur Großbaustelle. Kurze Anfahrtswege sind durch firmeneigene Deponien und Schottergruben garantiert. Bagger, Kräne, Lader, Planierraupen – unsere Spezialgeräte machen jede Erdbewegung möglich. Unser moderner, vielseitiger Fuhrpark ist für alle Transportaufgaben gerüstet. Kies, Sand und andere Baustoffe liefern wir in bester Qualität aus unseren eigenen Schottergruben. Leistungsfähigkeit und Kompetenz – alles aus einer Hand. Schritt für Schritt perfekt koordiniert. Das ist Erdbau, wie wir ihn verstehen. Platz schaffen für Neues. Auch das ist unser Job. Wenn Bestehendes weichen muss, ist Katzelberger zur Stelle. Mit vollem Service aus einer Hand. Ob kompletter Abriss oder Teildemontage. Unsere Spezialisten erledigen jeden Abbruchauftrag durchdacht, reibungslos und sicher. Wir sichern das Areal ab. Wir stellen die passenden Container zur Verfügung. Wir kümmern uns auch selbst um Entrümpelung und Entsorgung. Unsere Spezialgeräte lösen jede Herausforderung, die sich beim Abbruch stellt. Platz für Neues schaffen. Das heißt an die Zukunft denken und nachhaltig handeln. Darum sind wir auch Profis für das Recycling von wiederverwertbaren Stoffen, die beim Abriss anfallen. Entsorgung und Recycling. Damit ist der Name Katzelberger im In-Viertel untrennbar verbunden. Wir kümmern uns um Abtransport, Sortierung und Aufbereitung von Altstoffen. Professionell und zuverlässig. Wir übernehmen in zahlreichen In-Viertler-Gemeinden die Hausmüllabfuhr. Wir entsorgen auch industrielle Reststoffe wie Schrott und Altholz. Nicht zuletzt ist Katzelberger der erfahrene Partner bei der fachgerechten Beseitigung von gefährlichen Abfällen und kontaminiertem Erdreich. Umwelt und Ressourcen schonen, nachhaltig handeln. Das ist für uns keine hohle Phrase, sondern gelebte Firmenphilosophie. Wir sind uns der Verantwortung bewusst, in allen Bereichen der Abfallwirtschaft. Jederzeit das optimale Gerät. Der besten sortierte Mietpark von Katzelberger macht's möglich. Vom Bagger bis zur Arbeitsbühne, vom Stapler bis zum Stromerzeuger. Zahlreiche Profigeräte für Aufgaben rund um den Bau und die Objektbetreuung sind bei uns ständig einsatzbereit. Unseren Geräteverleih nutzen Gewerbebetriebe ebenso wie Heimwerker, die auf Profi-Qualität Wert legen. So lassen sich kurzzeitige Engpässe unkompliziert überbrücken und längerfristige Anforderungen wirtschaftlich lösen. Kompetente Beratung, bester Zustand und einfacher Transport. Auch im Geräteverleih punktet Katzelberger als der vielseitige Mettmacher. Alles im grünen Bereich. Unser Unternehmen ist umgeben von der beeindruckenden Natur des Innenviertels. Daher hat Katzelberger bei allen Tätigkeiten die Umwelt im Blick. Umweltbewusstsein heißt für uns auch, erneuerbare Energien zu nutzen. Eine 4.300 Quadratmeter große Photovoltaikanlage auf dem Werksgelände liefert Sonnenstrom für all unsere Arbeitsschritte. Wir sind fest in der Region verwurzelt und eng mit ihr vernetzt. Unser Fernwärmeheizwerk versorgt ganz Mettmach mit wohliger Wärme. Komfortabel, wirtschaftlich und nachhaltig. Uns liegt Land und Leute sehr am Herzen. Wir sind dort am Herzen, wir fühlen uns voll. Und wir sind stets bemüht in allen Bereichen auf Nachhaltigkeit, dass unsere Generation, die nach uns kommt, auch noch etwas hat davor. Und wir sind uns der Verantwortung sehr bewusst, über die Region und die Menschen, dass sie gern bei uns arbeiten und dass sie auch denselben Nutzen haben wie wir. Seit über 100 Jahren sind wir als Familienbetrieb erfolgreich. Mit Kompetenz, mit Verantwortungsbewusstsein, mit Fleiß und Leidenschaft, mit Herz und Verstand. Und mit unseren oft langjährigen Mitarbeitern. Menschen, denen wir vertrauen und die auf uns vertrauen können. Menschen, die wir unterstützen und denen wir individuelle Entfaltungsmöglichkeiten bieten. Wir sind ein verlässlicher Arbeitgeber und wir sind ein starker Partner für unsere Region, das Innviertel. Hier arbeiten wir. Hier leben wir. Seit Generationen und in Zukunft. Kanzlberger, der vielseitige Mettmacher, dankt für Ihr Interesse. Kanzlberger, der vielseitige Mettmacher,